hallo meine lieben heute habe ich leckere henschenschenkel mit kartoffeln im backofen zubereitet sehr lecker ganz einfach und einfach wirklich ganz easy wenn man besuch hat dazu gibt es chipsalat davon habe ich das video schon im sommer hochgeladen und es gibt noch den cäsar viel freude beim anschauen nachbereiten und genießen kartoffeln werden geschält hähnchenschenkel hier mit dem rückenteil habe ich unter fließendem wasser gewaschen jetzt werden die in der mitte geteilt mit einem langen spitzenmesser mit der haut jetzt mache ich dafür die marinade ich habe hier öl ich gebe da jetzt circa 100 milliliter hinein ich habe zwei kilo fleisch deswegen also ein es ein teelöffel zwei teelöffel salz dann habe ich paprika edelsüß 1 2 teelöffel gut gehäufte dann knoblauch pulver also man kann aber auch frischen knoblauch nehmen davon viel also ich nehme hier zwei teelöffel gut und pfeffer gut miteinander verrühren und in die hähnchen einmassieren die bekommen jetzt von mir eine massage dann lasse ich das bei zimmertemperatur eine halbe stunde ziehen wer mag kann auch chili hier dazu geben bei uns essen nur kinder mit deswegen kein chili kartoffeln schneide ich in große stücke weil das fleisch braucht lange im backofen damit die kartoffeln nicht viel zu schnell fertig sind also auf keinen fall mehlig kochende entweder fest kochende oder vorwiegend fest kochende kartoffeln nehmen auf die kartoffeln gebe ich etwas öl drauf dann kommt salz drauf das sind zwei kilo kartoffeln bevor man die geschält hat zwei dann pfeffer paprika edelsüß zwei schwach gehäufte teelöffel nicht so viel wie vorhin und jetzt rosmarin ich habe hier rosmarin und gebe davon einen teelöffel drauf kartoffeln und rosmarin passen super zusammen jetzt alles gut umrühren ich habe hier ein tiefes backflash mit wachpapier da muss man nicht so viel waschen später kartoffeln und jetzt überall das fleisch dazwischen oder so oben drüber ist auch ok so kommt es jetzt in den backofen eineinhalb stunden also 90 minuten war das im backofen jetzt gebe ich etwas grün da drüber und dann kann man das auch schon zu tisch reichen freunde das war's für heute schön dass ihr zugeschaut habt bitte vergesst nicht ein like zu setzen und meinen kanal zu abonnieren bis zum nächsten video eure xenia so jetzt schauen wir mal schaut mal die kartoffeln sind schön zart und das fleisch schön durch machen wir mal so wunderbar ganz zartes fleisch